Und damit sehr herzlich willkommen zum Baufühlsklimagipfel 2024. Ich hoffe, dass wir den Innovationsgeist der Baubranche fördern und zeigen können, dass es geht. Wir müssen in den Gebäudebestand und diesen energetisch sanieren, aber bitte nachhaltig. Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich öfter solche Veranstaltungen gibt. Und es kann gar nicht genug Akteure wie Baufitz geben. Weil eben verschiedene Fachleute sich treffen und sich austauschen können. Die Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren und auch der Geist, der eigentlich von so einem Treffen ausgeht. Für mich oder für uns war es wichtig, ein nachhaltiges und ökologisch gesundes Haus zu bauen. Ich sehe schon, sie sind total aufgerüttelt, sind voll motiviert und sagen, und was jetzt? Jetzt, was mache ich jetzt genau? Hier und jetzt beginnt der Baufritz-Transformatum. Es geht um neue, tolle Bauideen. Sechs Teams stellen sich diesem Wettbewerb. Wettbewerb nur eins kann gewinnen. Wir sind der Meinung, dass es neue Bausysteme braucht, die nicht nur die Ressourcen des Materials schonen, sondern auch des Menschen. Ja, und das wird auch wirklich allerhöchste Zeit, denn ehrlich werden in Deutschland alleine rund 100.000 Gebäude abgerissen. Diese Unsicherheiten sind alles andere als förderlich. Und diese Vision ist, dass wir die Baubranche nachhaltiger machen möchten. Und eine wesentliche Randbedingung im Holzbau ist natürlich der Brandschutz. Und was folgt aus dem Leerstand ganz oft? Der Abriss. Deswegen ist unser Ziel, solche Gebäude nicht abzureißen, sondern zu reaktivieren. Stellt euch vor, die Bauwende startet von uns gemeinsam hier im Erkheim. Ich glaube, dass ich da Angebot und Nachfrage richtig zusammenbringe, das wird da der Knackpunkt sein. Dann könnten wir eigentlich alle diese Ideen komplett realisieren. Und auch mit uns gemeinsam gestaltet. Und der Winner ist... Supertexture und Elka! Vielen Dank für diese grandiose Möglichkeit. Tolle Beiträge, tolle Leute, super aufgezogen, toll organisiert. Danke! Viele gute Lösungen, sehr viel Mut und ganz viel Freude am Boot. Inspirierend, zukunftsfördernd, miteinander hochspannend, auf hoch. Super Innovation! Ja, schön! Danke! Busse ist für Schwer Ages異handel Untertitelung. Vielen Dank.